Hallöchen Leute, Willkommen wieder zurück zu Trust and Betrayal Minecraft. Mit dabei ist wieder der Kardon und wir sind immer noch alleine auf dem Server. Richtig. Hallo übrigens. Und ja, er möchte weiter an seinen komischen Konstrukte da weiterbauen. Und ich werde mich ins Nether verziehen und ein paar Imst jagen. Du hast ja die Kohle vorbei. Ja, hast du. Ja, alles da drin. Sollte auch ein bisschen reichen jetzt. Ich denke auch. Ich hoffe es. Ich hoffe es auch. Das kann auch so sein. So, ich muss jetzt Imst jagen. Wir brauchen Herzcontainer. Ganz viele Herzcontainer. Die Bärme am permanenten Tod ist. Tod war. Genau, die Herzcontainer bleibt. Die sind ja im Prinzip im Inventar. Sozusagen. Ach, das sind ja die Accessoires. Genau. Können Sie wirklich zehnmal stacken? Ja. Imst, könnt ihr mal bitte weg von der Lava gehen. Das wäre echt geil. Wollen wir die wegschubsen? Weiß es aber auch, ey. Ich habe da nichts bekommen. Das ist sinnvoll, sie anzugreifen. Die sind in der Lava. Obwohl, der ist noch frei. Ah, die Sau hat kein Herz rausgerückt. Ihr Geizlinge, ihr. Das machen sie ja auch nicht immer. Ja, unfair. Habe ich schon bei euch die gefunden und dann geben sie mir nichts. Ah, die fühlen sich echt wohl in der Lava. Die Typen mal abscrappen hier. Das ist ein kleiner Scrapper. Er scheint auch feuerimmun. Okay, aber was denkst du, was die Imps geben? Die Imps? Nicht jedes gibt was, gell? Okay, na gut, dann lass das mal lieber. Bist du sicher, dass die Blazes was geben? Ja. Okay. Okay. Ziemlich sogar. Team nicht sicher? Ziemlich sicher, wenn ich sogar todsicher. Oha. Das muss ja dann wirklich schon absolut sicher sein. Oh, wie süß. So, und ich reise das noch mal meine Anlage ab und baue sie andersrum auf. Ein kleiner Zombie-Pigman. Hm, da ist ein Imp. Das nimmt das Imp. Läuft man nicht auf der, doch die läuft auf der Lava. Ich hab uns gesagt. Ich glaube, man geht für alle auf der Lava rum. Ich habe kurz gebrannt. Wir sind immer noch die einzigen, Tatsache. Und viel will heute keiner aufnehmen, heute ist die Quelle. Umso besser für uns. Wir können vorproduzieren, ohne dass uns andere auf diese Eier gehen. Richtig. Weil, dass Dalu grad direkt aufnehmen will, wenn wir aufnehmen. Ja. Er hat so, oh, in die Konfigie geschrieben und dann, ja, dann sind sie gejoint im Game. Oh. Ich glaube, er wollte uns töten, aber wir sind Fledermäuse. Wir werden nicht getötet. Wir machen das geschickt. Ja. Oh ne, nicht schon wieder diese Feuer pflanzen. Jetzt noch mal von vorne. Puh. Gart nicht. Kuste, komm her, du hast meine Maschinen gefressen. Das kann ich. Imp, 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 imp. Ah. Brauchst du noch ganz viel Leder? Zur Zeit eigentlich nicht, aber für Verzauberungsbücher oder sowas kann man es immer gebrauchen. Oh, wir spielen da ganz viele Verzauberungsbücher. Ich denke, der Pirat will welche haben. Auch gut möglich. Ähm, so. Ich würde gestern die Reihenfolge. Extractor. Okay, du hast meinen Extractor gefressen, oder? Ach, nein, hast du nicht. Ach, ne, der liegt hier unten. Aber wirklich, hast du jetzt die arme Kiste beschuldigt, obwohl du es selber warst. Jetzt, jetzt, jetzt hat sie so gefressen. Gibst du hier? Theoretisch könnte man ja, oh Gott, ein Gäst mit einem Hütchen auf. Gäst mit einem Hütchen? Das ist alles in Lava gefallen. Theoretisch bei dem Honigdingen ist ja unten eine Flüssigkeit drin. Nicht immer, aber öfters. Möchte ich dir jetzt auf die Lava fallen lassen? Achso. Probier mal aus. Oh Gott! Warst du? Ja, ja, du weißt schon ganz genau, was ich gerade gehört habe. Mhm. Was von ekelhaft, also. Wirklich. Wollen mich echt nicht erst abgraben lassen, glaube ich. Mit der Spitzhacke macht man das mal. Ah, ist schon wieder einer. Ja. Der Herzcontainer! Also, ein Herzvieh. Eine Vespa hat ein Herz fallen gelassen, cool. Aber das ist in die Lava gefallen, leider. Oh. Kann nix machen. Jetzt passt doch mal auf. Jetzt, äh, dann den Decryptor. Ah, also ich weiß nicht, ob die die Flüssigkeit... Ich könnte theoretisch einfach mal von der Seite nachgucken. Aua, jetzt. Die sind so stark, die sind so schnell. Ich kann die nicht töten, ohne dass ich Damage kriege. Hm, die Biene? Äh, die Vespa? Da ist Flüssigkeit drin, wunderbar. Ja, genau die. Kann, kannst du nicht angreifen, ohne dass da, dass du Schaden kriegst. Ich hab das jetzt mal eigentlich noch hingekriegt. Warte, setzt das bitte. Ich glaub, hab ich's jetzt endlich? Jetzt reicht's aber echt. Das ist Kiekeg Albträume noch. So, das war hier noch ne Kiste. Hab ich noch ne Kiste übrig? Nein. Kiste, hast du ne Kiste? Tatsache, meine Kiste hat ne Kiste. Ich... Werde verrückt. Warte, ich hab nicht mehr Honig dabei und die kommen die ganze Zeit... Oh, schon wieder eine. Noch eine. Ich hab nicht mehr Honig dabei und die kommen die ganze Zeit raus. Find ich in Ordnung. Wieder eine. Achso, ach, jetzt ist es an. Ey, ohne Scheiß, ich brauch nen zweiten, der hier... Ich will meinen Plan, dass der Honig rausläuft, auf die Lava. Oh, doch, Tatsache, es geht. Ich will dich eigentlich angreifen. Achso. Ne, soweit bin ich... Ich komme nicht dazu. Okay. Einfach nur ekelhaft. Jetzt muss ich... Kiste, komm. Komm mal her. Ich brauch was von dir. Das geht rein. Ich lass es. Leck mich am Arsch. Ich will es mal probieren, irgendwann. Ich mach mir erst mal. Okay. Na, kleine Wespe? Kleines Mist. Geht das da hin? Also, sie geben wohl alle... ...Nether-Typen... ...Herzen? Dann weiß ich, es gibt jede... ...Mob-Herzen. Warum werde ich denn nur die Imps töten? Oder will ich nur die Imps töten? Ich weiß es nicht, weil irgendwie hast du vorhin halt so viel von denen bekommen. Aber ich hätte sie auch zum Beispiel alles töten. Oh. Der ist direkt schon auf mich raufgegangen. Ich hätte mich gar nicht gesehen. Cool. Ach, endlich. Ich hab's geschafft. Das funktioniert. Ich bin erstaunt. Hast du es geschafft? Ja. Ich hab nur halb so wild aus wie vorher, aber... ...das funktioniert. Au. Okay, machen wir kaum Schaden, die Viecher. So, lassen wir da noch ein Slap rein, damit es wenigstens schön ausschaut. Ich glaub, ich hab mir jetzt deren... ...deren Aggression auf mich gezogen. Oh ja. Richtig mad auf mich. Oh, schaut mal, da kommt ja... Nomnomnom. What? So, passt das jetzt nicht? Bei mich essen, ja. Scheint es ja schmackhaft zu sein. Ja. Wahrscheinlich. Da hab ich wieder tollen Supercreeper reingeflogen in die Lava, ohne mir den Gumpel-Rotter zu geben. Oh, ein Coolhead. So, und hier könnte ich eigentlich eine Kiste entstellen, wenn ich eine hätte. Ein Goldnugget. Ja, ich sollte nicht auf der Lava kämpfen, das ist uncool. Das ist uncool. Kiste, würdest du ja vielleicht mal bitte da unten rauskommen? Dann wäre das sehr verbunden. Komm her. Kiste. Kiste. Geht doch. Dass man die immer zweimal bitten muss, ist unglaublich. Ja, oder? Finde ich auch. Total. So. Boah, ich glaube, hier sind noch ein paar mehr als die drei hier. Okay. Mir meint einer runter zu springen. Darunter springen zu müssen, um mich anzugreifen. Zombie-Pigmin. Okay. Ach, das da ist kein Wasser mehr drin. Ach, deswegen. Halt es auf. Machen die ekelhafte Geräusche. Ist ja eh widerlich. Ernsthaft. Wer hier die Zombie-Pigs oder wie? Oh, verdammt, ich brauche Lava. Dann solltest du langsam mal zum, ja, zu deiner Lava-Vorrat gehen. Aber es leckt gerade ein bisschen. Hat gerade. Boah, ich habe gerade so viel Zeugs für mich im Inventar. Ich muss mal hier ausmisten. Das brauche ich gerade nicht, das brauche ich gerade nicht, das brauche ich gerade nicht. Warum habe ich hier nicht sitzen im Inventar? Ich weiß es nicht. Warum habe ich nicht eine Diamond-Inventar die ganze Zeit schon? So viele Zombie-Pigmin sterben. Aber wir haben hier nicht. Oh, schon wieder ein Phantom. Ich finde es ja auch gefühlt ständig. Ich habe noch kein Herz gefunden, ja. Außer es hat runtergefallen, das ist eine. Na ja, ich gehe jetzt tötern. So, das da rein. So, dann merke ich es dir da rein. Nix wertvolles. Boah. So. Geräusche, die machen Wahnsinn. Äh, ich kriege die nicht. Ich glaube, ich bleibe bei Imps. So, ich... Egal, jetzt habe ich zwar nicht alles abgelegt, aber ich baue es unbedingt Lava. Ich komme mal kurz rüber. Meins Nether? Ja. Cool. Besuche dich. Cool, du besuchst mich immer einmal heim. Finde ich gut. Lassen wir jetzt mal persönlich. Nicht immer nur ums Spiel hier. Achso. Äh, ja, Moment. Ich brauche bloß ein paar Stunden. Was leuchtet denn da hinten eigentlich? Na ja, von deinem Goldschwert. Ein Goldenswort, Tatsache. Von dem Picci. Ich muss schon mal so ein bisschen über den Server schauen und zu gucken, was die anderen gebaut haben. Aber ich glaube, es muss sich noch nicht. Ja, es ist glaube ich auch nicht. Vielleicht ein paar Wochen mal. Müssen wir mal so einen Rundflug machen. Wo schießt denn Gäste? Das kann passieren im Nether. Durchaus. Oh, doch hier über mir. Da oben ist er. Boah, kann ich nicht missbrauchen, das Westen des Kaputt zu machen? Das wäre echt nett von dir. Was? Mich missbrauchen? Ne, nicht dich hier, den Gäst. Achso. Ah, da kommt schon wieder ein Viech, Alter. Das ist doch unglaublich. Gänsehaut er. Hör auf! So. So, hab ich wieder mein... Was ist denn... Ist das Impier immer noch drin? Ach komm. Ich löse dich hier mal. Wen erlöst du? Ich hab den Impier zerlöst. Der badert schon die ganze Zeit hier in der Lava. Jedes Mal, wenn ich hier vorbeifliege. Ah. Wo ist es? So, ich geh wieder zurück, weil ich hab nicht viel Essen dabei, hab ich grad gemerkt. Und ich hab meine Lava. Oh Gott. Fast in die Lava reingesprungen. Kein Ding. Können noch rechtzeitig doppelt... Doppel-Lehrtaste drücken. Glück gehabt. Ja. Aua. Creeper, Creeper, Alter. Mega krass, wie viele Monster grad sind. Boah, die kann ich immer einmal angreifen, wenn ich sie töten kann. Kann ich nämlich die Schmelze wieder in Betrieb nehmen, beziehungsweise... Eigentlich könnte ich einen Ofen machen. Ach doch. Boah, ein Thermal Expansion. Ähm... Doch, das wär sogar besser. Ja. Dann stell ich ein bisschen um und ich bau den Ofen. Dann müssen wir die Schmelze nämlich nicht mehr in Betrieb nehmen und wahrscheinlich die ganze Zeit laber. Alter. Wie viele Monster hier gewesen. Oft brauchen wir Faden für irgendwas? Faden? Das sind so viele Faden von den Spinnen. Ja, sonst nur nicht. Oder von den Bogen. Ah, die hab ich gesehen. So. Die restlichen Zombiepics. Ah, die Kiste. So, dann füll ich mir wieder die Lava auf. Beide Farben. Ach so, das ist der auf der richtigen Welt. Ich glaube, ich komme gleich wieder zurück. Okay. Lohnt es irgendwie nicht. Irgendwie kriege ich ja nichts. Wie, es gab... Aber hier fehlt das Wasser. Was ist denn das heute? Ständig fehlt überall irgendwas. Ja. Was ist das immer, wenn du was bauen willst, fehlt alles? Ja, schon. Ich fühle mich gemobbt. Von Minecraft. So, ja. Ist das rather so eingestellt. Irgendwas du brauchst, das fehlt gerade. Ja, genau. Das wär's ja noch. Ach nee, ist das dein eigenes Team. Warum sollte er das sabotieren? Stimmt. Ist ja auch Team Rot. Machen wir Gold und da gibt's mir irgendwas? Du kannst doch aus Gold machen. Und mich hat irgendjemand angerufen während der Stop-O-Grade. Ich hab's gar nicht gesehen. Okay. Toll. Der ist immer noch in der Labe. So, Imp, jetzt komm raus. Du bist viel. So ist getötet. Hm. Hm? Resistance? Und was war denn das, bitte? Okay, ich komm auch raus. Nix. Ich hab keinen einzigen Herzling gefunden. Ich hab schon eins gefunden, aber es ist in der Lava verbrannt. Okay. Habe ich nicht noch irgendwo Overglocker? Doch, meine Kiste hat Overglocker. Oh, nee, ich war jetzt wieder zurück. Nein, 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 bleib hier. Uh, so. Ich glaub, ich werd weiter die Welt erkunden gehen. Das ist interessant irgendwie. Ich mach G-Manipulationen oder so. Keine Ahnung. Ey, Crap's Drache ist weg. Hä? Ist er weggeflogen? Ist er anscheinend angeleint gewesen, ne? Tja. Er war grad nicht mehr da. Wann... Ja, sein... Sein Stellplatz war leer. Sein Stellplatz? Da bist du. Ich seh dich. Ich seh dich als weiße Figur. Irgendwo über der Ränderdistanz, die ich habe. Okay. Mit dich immer wieder. Ich bin ein Lichtgestalt. Keine Ahnung. Oh, yeah. So, ich wollte auch einen Ofen machen. Furness. Das war fast noch richtig schreiben, gell? Äh, nicht normal. Ja, Alter, was hast du denn hier gebaut? Hm? Was du hier gebaut hast? Ne, automatische Analyseanlage. Zuerst wird, werden die gene analysiert, dann extrahiert, dann, äh, decrypted und gesplittet. Wobei ich beim Splitten auf... Weil ich selber schauen muss, was ich hier haben will. Jetzt hier ist er mir noch Brains brauche ich eigentlich nicht. Aber zwei Herzcontainer bisher. Das ist auch eine, habe ich gesagt, dass ich davon gesehen habe. Ach so, ja, stimmt. Und ich mache jetzt mal den Ofen. Den bräuchten wir nämlich auch mal. Dann kann ich nämlich mal die Schmelze hier so ein bisschen entlasten. Die ganzen Truhen sind voll. Oh, wir brauchen Bricks. So. Haben wir noch Clay? Ich glaube nicht. Was hier? Doch, ich habe noch Clay gefunden. Wahnsinn. Äh, das wäre eine Kohle nicht schlecht. Ich dachte auch, sieh. Da muss Kohle da sein, also. Wenn jetzt keiner da wäre, das wäre... Das wäre irgendwie seltsam. Beängstigend. Ja, das auch. Ich gehe jetzt in eine neue Richtung. Erkunden. Ey. Ich kann nicht sein, weil es bei zwei Leuten der Server leckt. Das geht ja gar nicht. Das kann ich wirklich nicht sein. Vor allem am Anfang waren wir ja... Ja, zu 20 hier. Ja, dann haben wir ja locker alles erkundet. Immer unnormal ausgewohlen. Hm. Hm. Schick. Der Ofen. Also, ja. Ich war hier noch auf die Bricks. Dann hat er Brick in the Ball. Big Schick. Ich bereite mir schon mal vor, was ich hier machen will. Das dahin, das dahin. Das dahin. Und Machine-Kreise. Genau. Außerallt, ob es jetzt schon irgendjemand kaputt gemacht hat. Was ist Steinbricks? Ich habe hier welche. Da toll, jetzt bin ich gerade mal. Da ist es ja einfach ab. Okay, dann bring her. Ich komme eh noch nicht so schnell wieder. Mach du weiter. Ja, dann mache ich weiter. Mensch, es muss sich wieder auflungen oder dann sowas. Ja, ich sagst du kannst noch warten. Ich warte ungehe. Ja, dann hast du Pech, würde ich sagen. Scheiße. So sehe ich das auch. Ja, Mist. Okay. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Dich brauche ich. Und dich brauche ich. Redstone Furnace. Ja, damit. Wie macht man eigentlich einen Eisengolem? Wollt man auch mal zum Leben erwecken irgendwann? Ja, mit Eisenblöck. Ja, brauchen wir ganz viel Eisen. Machen wir das so, dann muss ich das jetzt nicht abreißen. Hm, nur Schrott hier. Boah, das letzte Kabel. Ein Tempel. Ich habe einen Tempel gefunden. Nachtwehr auch noch eins. Okay. Da sind wieder massig fallen drin. Oh. Oder Eingang. Bei einer Schlucht. Hm, das ist super geil. Ähm. Moment, kurz testen. Gib mir mal. Ah, hier war schon jemand. Sinn. Irgendjemand hat dich schon gesprengt. Hm, uncool. Uncool, uncool. Ne. Vor ich mich hier wieder verfangen, lasse ich das mal. So, weiter, weiter. Okay. Die Welt ist ja riesig. Da habe ich ein bisschen verfahren hier. Was kannst du? Ich kann bald die Smeltery einstellen, weil ich habe jetzt meinen, meinen Pulver Reis und meine Furnace hier stehen. Die Redstone Furnace. Und die ist genauso effektiv, wenn ich sogar effektiv noch effektiver. Aha. Was für ein Rivercane? Rivercane? Sag mir jetzt nichts. Weiß ich, was ist das denn? Nein, mir auch nicht. Hören Sie mit. Genau. Kiste, das tut man nicht. Nein. Brauchst du mein Zeugs? Wo ich mein Zeug angelegt habe. Ach, da. Und du hast nicht mal weiß, was ich erst wissen. So, dann musst du da hin. Die Zentrifugel kommt da hin. Und der DNA-Combiner kommt da hin. So. Obwohl, ich lasse das mal dran. Habe ich noch Overclocker? Kiste, hast du meine Overclocker? Nein. Mache ich halt neu. Immer die Kiste beschuldigen. Ja, wer weiß. Ja. Die frisst alles auf. Die ist hungrig. Um, 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 um. Um mit der Kiste zu sagen. Ach. 2, 3. Machen wir 3 Uhren. Hm. Ich finde es lustig, die Overclocker macht mal aus Uhren. Ja, wer hat das gedacht? Mach da eine Glock. Schon, ja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eine Bitch, getötet. Haben wir noch Pfeile? Doch, wir haben Pfeile. Auch noch ein paar Pfeile. Ja, ich muss wieder Spritzen machen. Das gefällt mir nicht, aber, naja. Ich muss es tun. Ja, 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 ja. Was sagen sie alle? Na, ich mag keine Spritzen. Kannst du gar nicht. Eigentlich reicht dir eine, oder? Ne, ich mach, doch. Ich mach gleich mehr, oder? Was weiß ich denn die Gene Spritzen? Ja, du musst dir Blut selber abzapfen. Das sind Zentrifuge hauen. Dann kannst du die Gene reinschmeißen. Dann wieder in Zentrifuge hauen. Dann kannst du die wieder selber reinspritzen. So, das war der Schnelldurchlauf. Okay. Ich hab nochmal Getreide, ein riesiges Getreidefeld gefunden. Okay. Yeah, Getreideformen. Hatte ich hier irgendwie noch Scrap-Gedöns? Warte. Ähm. Kann es sein, dass du gerade ganz viel Getreide abbaust? Nein. Lecks bei dir schon wieder? Ja. Die Kiste wollte sie nicht öffnen. Jetzt steht sie offen. Jetzt ist sie wieder zu. Eigentlich schaue ich hier gerade nur um. Ja, ja. Das war nicht ihr alle. Aber es ist ein Videobeweis. Ja, ja. Sagen sie auch alle. Ja, genau. Ja, weil es extrem viel Getreide kann sein, was Sarah liegt. Diese bösen, bösen Lecks. Boah. Ich mach mir jetzt einen anderen Energielieferanten. Ich hab bloß den Namen vergessen. Scheiße. Äh. War das der hier? Magnetic Dynamo. Mach mal den. Hm. So. Reicht's jetzt. Hab ich überhaupt noch Silber? Scheiße. Ist hier Silber drin? Hast du kein Silber mehr? Äh. Ich such noch, ob ich das in Inward-Form da hab. Aber. Keine Witch. Das ist Sinn. Oh, ich hab ein Dorf gefunden. Hier sollte ich keine töten, ne? Im Dorf? Ja, ein kleines Dörfchen. Okay. Ich kann bestimmt nichts trainen, weil ich nichts dabei habe. Wie kommen wir denn die bitte rein? Oh, die hat gar keine Tür. Ach, hier. Hier hat keine Tür. Wollte ich nicht mehr raus. Na ja, ist mein Problem. Brauchen wir das Wichtige in Magnetik. Kinder, die hier spielen. Süß. Achso, ein Ja. Da kann man auch irgendwo trainen mit irgendjemandem. Mit so ziemlich jedem eigentlich. Seben, ja. Rechtskirche, oder? Äh, ja. Rechts ist ja, aber das, was ich betromme, ne? Rechts ist das, was wir kommen, längst ist das, was du reinlegen musst. Ne, ich bin zu geizig. Geht ab, gehen, ey. Ähm. Ja. Ich hab mir was komisches gewonnen. Ein... Aua. Ein Aua? Ah, ein Zombie, der böse ist. Böse Zombie. Hört auf damit. Wenn ich das anhört. Bei Zombies. Das ist jetzt Let's Play Defend the Villager Dorf. Bei Zombies. Und ich hab hier grad Kissen gefunden mit Zeugs drinne. Ein Mushroomarm, ein Zombie Legs, Spider Torses, Spider Head und Chicken Arm. Uh, geil. Willst du es mitnehmen? Ja. Oh, wo ist mein... Gehst du erst los? Nein. Gleich nochmal mit nem... Mit nem was anderem. Alter, kannst du mal die Tür jetzt in Ruhe lassen, du Arsch? Reicht's? So. Passt das jetzt eigentlich? War's das gene? Das war's ja schon. Das Villager Dorf ist langweilig. Außer, dass ich da nur kurz was gefunden hab. Ohja. Ohja, nicht mehr. Heute kann man noch komplette Village töten. Ich bin mal so nett und lass sie am Leben. Zu freundlichst. Danke, danke. Wo ist noch ein Brunnen? Zombies drin. In deren Brunnen was drin? Nee, war aber nur Brunnen. Äh, lass ich das doch wieder hinter mir. 26 Minuten haben wir. Okay. Warum? Gibt's hier grad... Hat keine? Keine Energie. Ach doch, der haut Energie raus. Ach, ich seh's bloß nicht. Ach, jetzt da. Ach. Oh, zu ordentlich. Toll. Was, was ist die Energie? Was machst du damit? Äh, ich hab's vorhin mit dem Steam Dynamo gemacht. Und, also, Wasser und Kohle. Jetzt mach ich's mit Lava. Mach ich Energie. Mit dem Meckham... Wie heißt's? Magmatic Dynamo. Hm. Das ist ein bisschen effizienter, hab ich so's Gefühl. Vor allem, wenn man Energie ständig ausgeht, gefühlt. Hallo? Pass ich? Gehen? Letzter Willa. Kann sein, dass es lekt. Ich erkunde das ein bisschen was. Mensch. Ja, das muss sein. So. Ich glaube, dass das grad recht doof ist. Ich glaube, ich komm wieder zurück. Ich glaube, ich entnehme mir mal kurz Blut. Auch wenn ich das überhaupt nicht mag. Nein! Du spritzt dir jetzt selber was? Na. Nicht ganz. Nicht wirklich. So. Ich lass mal scheue. Ey, ey, ey. Ich brauch nur Gene, das geht gar nicht. Oh, Infinity. Hast du Lust, um endlich Pfeile zu haben? Eigentlich nicht, nee. Was war ein Resistance nochmal? Das ist das vom Zombie. Du wolltest mir meine Stahlhacke, wolltest du mir noch ein Auto-Pair geben dann? Stimmt. Äh, hab ich das überhaupt noch da? Weiß ich nicht. Warte mal. So gut, schon. Ich fahre mich, ich fliege aber nur geradeaus. Äh, hab ich noch Mossi Koppel. Tatsache. Ja, dann kann ich es dir gleich geben. Bin auf dem Weg. Oh, ich fliege. Auwa. Achso, ich hab Hunger. Nee, nee, immer diese hungrigen Leute hier. Reisen ist damit ich aufhalten. Ich muss unbedingt schauen, was wir uns nochmal machen. Wir sollten langsam aufhören, gell? Ja, das ist schon. Auch so. Bei 29. 28. 24 bei mir, aber ja, wir können gerne aufhören. Ja, fast 29 sagt auch. Oh, Teleporter. Möchtest du dich selber teleportieren, also wie ein Enderman? Wenn ich dann wieder zurückkomme, jedes Mal, das wäre nice. Also du kannst halt, wirfst dazu sagen, nee, Enderperle, also automatisch eine Enderperle. Wirst du das haben? Zum rumspielen? Obwohl, eigentlich ist es, machst du nicht bei Fliegen. Eigentlich ist es, ja. Werde mal mit Basis, Basis gehen, wieder draus. Gut, dann verabschieden wir uns. Genau. Und, ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, dann. Ciao.